Moin Moin, heute mal wieder aus dem Büro mit einer wunderbaren Lockenpracht. Ist ja nicht fabelhaft geworden? Finde ich auf jeden Fall auch. Heute stehen Büroarbeitern wie zum Beispiel Skripten. Moment, ich zeige euch das nochmal ganz in Ruhe. Hier haben wir den Content-Plan für den November und schon für den Dezember. Da stehen auf jeden Fall ein paar sehr, sehr spannende Sachen drauf. Und das nächste, was ich abdrehe, die Folge zum Thema Selbstwertgefühl. Es gibt einiges dazu zu sagen. Das Skript ist drei Seiten lang geworden. Ich hoffe, dass ihr daran Spaß habt. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir uns am Sonntag wiedersehen. Und bis dahin, bleibt schön fluffig und bis dann. Ciao!